servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute noch mit einem kleinen update bezüglich des handels posten damit sich auch niemand beschweren kann er hätte es nicht gewusst denn es gab tatsächlich noch einen bug in diesem monat oder ein fehler viel eher im handels posten der erste war ja dass dieses mount hier karmien glimmer pelz anfang des monats nicht im handels posten zur verfügung stand okay das hatte blizzard relativ schnell gefixt was ich aber auch nicht auf dem schirm hatte war die tatsache dass fünf waffen eigentlich im handels posten hätten erhältlich sein sollen aber sie waren es nicht aus welchem grund auch immer diese fünf waffen hat blizzard inzwischen nachgefixt beziehungsweise man kann sie jetzt kaufen und das wollen wir uns in diesem video mal anschauen ihr müsst dafür nichts weiter tun die dinger sind auch schon wieder drin und es fängt an hier bei den sachen die 200 händler devisen kosten wir haben als erstes die azurt streitachs des verlorenen kreuzfahrers eine relativ schicke axt würde ich sagen einhändig ziehen wir meine rüstung aus dann sieht man die waffe besser aus ihr seid von dem sexy troll körper abgelenkt dann habe ich schlechte nachrichten für euch nein ja das ist die axt 200 händler devisen dann haben wir einmal einen glitzernden teufels hammer das ist dieses gute stück den gibt es ich weiß nicht mehr woher aber ich habe das ding glaube ich in drei verschiedenen farbvarianten also ist ein recolor von irgendeiner variante war es legion irgendwie sowas in die richtung aber hier seht ihr den hammer in mit so grünen kristallen dran sieht gar nicht so schlecht aus wenn ihr das noch nicht habt für 200 händler devisen gehört das gute stück euch dann haben wir einmal hier die kalte berührung des verurteilten einen zauberstab also den können tragen okay also wo sind wir stehen geblieben die kalte berührung des verurteilten das ist der zauberstab relativ kleines teil sieht in der hand jetzt auch nicht allzu riesig aus das wort schießt aber gut vielleicht gibt es ja den ein oder anderen der dieses gute stück mag kostet 150 händler devisen und dann haben wir noch zwei relativ simple waffen die auch dementsprechend günstig sind einmal die viel schon fast wieder cool den holzhammer des handwerkers und das ist ein hammer aus holz ihr kriegt also bei diesem item genau das was der titel verspricht kostet 50 händler devisen ist also eine schlanke ein schlanker kauf den man sich da mal eben mit snacken kann und zu guter letzt haben wir noch ein einhandschwert den schartigen gladius oder das schartige der hat oder das gladius der schartige gladius würde ich jetzt mal sagen also ein simples eher classic angehauchtes einhandschwert schon ziemlich abgewetzt dieses schwert wurde durch mehrere generationen vererbt und ist jetzt gezahnt das dürft ihr noch euer eigenen wenn ihr 50 händler devisen berappt wer weiß vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine verwendungsmöglichkeit dafür und damit würde ich sagen sind wir auch schon durch diese items gibt es jetzt zu holen das ganze natürlich bleibt jetzt drin für 25 tage also bis zum 31 bis zum 30 november dezember bis zum 31 dezember meine herren ich glaube ich brauch urlaub und ja gönnt euch wenn ihr darauf bock habt damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen